Herzlich Willkommen live aus dem La Casa im Dietmannsrieds. Heute unter unserer Terrassenüberdachung der Remson La Pur. Die Designüberdachung passt perfekt zu modernen Häusern, aber auch zum klassischen Baustil. Die dezente Alukonstruktion mit Wasserablauf sorgt für einen schlanken Aufbau. Das wind- und wasserfeste Screendach kann vollständig geöffnet werden, schützt Sie vor Regen und Sonne, Panoramablick inklusive. Natürlich mit verstellbaren Sidescreens, die Sie vor Wind, neugierigen Einblicken und lästigen Insekten schützen. Und wenn Sie doch etwas mehr Durchblick möchten, sind Lichtausschnitte möglich. Und wenn es bräsiert, einfach die Seitentüre nutzen. Das Ganze wird mit einer LED-Beleuchtung abgerundet, um auch den Abend unter Ihrer stilvollen Überdachung genießen zu können. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie uns einen Daumen nach oben, schreiben Sie einen Kommentar oder abonnieren Sie unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017